Jetzt gibt es erstmal ein schönes Mittagessen hier, Patpik, geil. So, hallo, wir sind hier jetzt angekommen und fahren mit dem Boot rüber nach Coburn. Eine kleine Insel, ein kleiner Strand glaube ich und was ihr Lust da so geht. Wir haben auf jeden Fall Bock und freuen uns. So, hallo und herzlich willkommen auf Coburn. Wir sind hier angekommen auf dieser kleinen Paradiesinsel vor Phuket. Wir haben ein Longtailboot genommen für 1200 Baht von Rauai und sind eine Viertelstunde gefahren und hier angekommen. Wir sind fertig. Ich muss sagen, es war richtig cool. Es waren anfangs ein bisschen viele Leute da, aber jetzt ist es sehr wenig los. Und ja, hat uns sehr gut gefallen. Wir sind gerade noch eine Runde mit der Mavic geflogen. Von oben sieht das richtig geil aus. Noch schöner als von hier unten. Und ja, wir machen uns auf den Weg zurück und fahren dann nochmal zum Prompep Cape zum Sunset. So, zeigen wir dann, wie das aussieht. So, jetzt sind wir am Dampromtap Cape. Ja, wir sind angekommen. Aber es ist ganz schön viel los hier zum Sunset. Ist ja auch verständlich. Es könnte wahrscheinlich richtig geil aussehen. Mal sehen. Lass uns überraschen. Jetzt ist es gleich soweit. Die Sonne geht unter und wir machen uns dann auf den Weg nach Hause. Und sehen uns beim nächsten Vlog. Und sehen uns beim nächsten Mal. �